Kurz vor Feierabend im härtesten Job Hessens. 150 Meter unter dem Funkhaus und ohne Tageslicht. Die Jungs aus der FFH Comedy Redaktion. Boris, warte mal kurz. Der Felix Möse hat gerade angerufen. Der braucht noch einen Gag zum Thema Bundesliga. Die geht ja nach dem Shutdown wieder los. Ja, da kommt er wieder früh. Ja, hab ich auch gesagt. Aber pass mal auf, Dirk. Ich glaube, ich hab sogar schon einen. Es gibt ja nur Geisterspiele. Das ist jetzt extrem schade für die ganzen Ultras. Die tragen nämlich schon seit Jahren Masken. Der war richtig gut. Aber ich glaube, ich hab's. Wir machen die besten Bundesliga-Filme. Auf Platz Nummer 3 der Fußballschuh des Manitou. Platz Nummer 2 Spiel mir das Lied vorm Tor. Und Platz Nummer 1, für mich immer noch unangefochten, ab durch die Ecke. Oh, die sind aber auch alle schön. Aber jetzt hab ich ihn. Mein absoluter Meisterschaftsfavorit bei diesen ganzen Geisterspielen ist ja der VfL Wolfsburg. Die sind's nämlich gewohnt, vor leeren Rängen zu spielen. Der war Hammer. Ja. Ja, komm, dann schick mal den hoch und machen Schluss mit lustig. Genau. Pendlich Feierabend im härtesten Job Hessens. Der FFH Comedy-Keller. Jeden Nachmittag bei Hitradio FFH. Jeden Nachmittag bei Hitradio FFH.